Jack Unterweger war eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er war lustig, er war humorvoll, er war charmant. Er war ganz bestimmt intelligent. Er war ein sehr guter Zuhörer. Und er hat bei Frauen eine unheimliche Faszination ausgelöst. Das Schöne mit Jack war, dass er mir das Gefühl gegeben hatte, ich wäre seine Prinzessin. Das Telefon hat geklingelt und da war Jack Unterweger am Telefon. Da habe ich mich natürlich sehr geschmeichelt gefühlt. Er war der Liebling der Society. Er war der Star. Jack Unterweger war ein Künstler. Aber zwischendurch brauchst du halt einfach das Gefühl, wenn ihr wüsstet. Aber ihr wisst es noch nicht.